Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zum Thema Integralrechnung. Diesmal widmen wir uns voll und ganz rein nur der Flächenberechnung. Es geht in der Regel darum, dass man sich die Flächen, die eine Funktion mit der x-Achse einschließt, berechnet. Das wäre jetzt hier in diesem Fall sowohl dieser Teil hier als auch dieser Teil. Begrenzt werden die Flächen durch 0 stellen. Das heißt, man könnte jetzt hier mal auf die Idee kommen, naja, die Fläche geht von 0 bis 8. Also werden wir einfach mal von 0 bis 8 integrieren. Und siehe da, da kommt als Fläche 0 raus oder als Ergebnis der Rechnung. Wir sehen aber, dass hier Fläche vorhanden ist, das heißt, es kann nicht stimmen. Was lernen wir daraus? Wenn die Fläche, die wir berechnen wollen, von einer Funktion, die mit der x-Achse eingeschlossen wird, sowohl oberhalb der x-Achse als auch unterhalb der x-Achse liegt, dann müssen wir das Ganze aufteilen und immer nur von 0 Stelle bis 0 Stelle integrieren. Das heißt, wir kümmern uns zuerst einmal hier um diese Fläche und integrieren nur von 0 bis 4, erhalten dann ein Ergebnis von 12,8 in dem Fall und integrieren dann die zweite Fläche von 4 bis 8 und erhalten als Ergebnis minus 12,8. Jetzt sehen wir auch, warum hier 0 rausgekommen ist. Die beiden Flächen sind betragsmäßig gleich groß aufgrund der unterschiedlichen Vorzeichen, heben sie sich allerdings auf. Das heißt, wenn ich hier den Flächeninhalt berechnen möchte, muss ich natürlich diesen Betrag hier in Betragstrich nehmen und sagen, okay, das ist jetzt nicht minus 12,8, sondern natürlich 12,8, weil es gibt keine negativen Flächen. So viel einmal, wenn ihr einfach nur von einer Funktion die Fläche zwischen der Funktion und der x-Achse berechnen wollt. Etwas anders sieht es dann aus, wenn ich die Fläche zwischen zwei Funktionen berechnen möchte. Wir haben hier jetzt eine quadratische Funktion f und eine lineare Funktion g. Die Fläche, die wir suchen, ist diese hier, weil sie eingeschlossen wird durch diese beiden Funktionen. Und wir sehen jetzt hier schon, dass die sowohl oberhalb der x-Achse liegt als auch unterhalb der x-Achse liegt. Nullstellen dazwischen liegen, alles mögliche. Das ist uns aber, wenn es um Flächen zwischen zwei Funktionen geht, herzlichst wurscht. Das heißt, was muss ich als erstes machen, wenn ich die Fläche zwischen zwei Funktionen berechnen möchte? Ich muss mir mal die Schnittpunkte ausrechnen. Das heißt, Funktionen gleichsetzen, in irgendeine Lösungsmöglichkeit eingeben, entweder quadratische Lösungsformel oder geht es am Taschenrechner dann einfach ein. So erhalten wir unsere zwei Grenzen. Das heißt, es geht von 2 bis 6. Und was mache ich nun? Jetzt kann ich einfach hergehen und sagen, ich integriere mal die Funktion f, also die erste Funktion, die obere Funktion, die die obere Beschränkung unserer Fläche sozusagen innehat, von 2 bis 6 und erhalte da ein relativ komisches Konstrukt an Fläche, eben all das, was zwischen der Funktion und der x-Achse liegt. Das heißt, da ist ein bisschen was dabei, was ich nicht brauche für unsere Fläche, dann ist etwas dabei, was ich für unsere Fläche brauchen könnte und dann ist wieder was dabei, was ich für unsere Fläche eigentlich gar nicht brauche. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Sicht von der Funktion g an. Wenn ich die integriere von 2 bis 6, schaut es ähnlich aus. Es ist wieder ein bisschen was dabei, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Dann ist wieder ein Stückchen dabei, das wir brauchen können für unseren Flächenteil und dann ist wieder was dabei, was wir nicht brauchen. Und jetzt kommt der Clou, wenn ich jetzt beide Flächeninhalte, die ich jetzt quasi berechnet habe, übereinander lege, dann sehen wir, dass die Fläche, die wir suchen, nur einmal vorkommt. Nämlich sowohl dieser Teil hier, als auch dieser Teil hier. Währenddessen die Teile, die ich sozusagen eigentlich gar nicht brauche, kommen zweimal vor. Und wenn ich jetzt die beiden Ergebnisse voneinander subtrahiere, und da könnt ihr euch merken, immer die Funktion, die oberhalb liegt, minus die Funktion, die unterhalb liegt. Also in dem Fall halt das Ergebnis des Integrals der Funktion, die oberhalb liegt, minus dem Ergebnis der Funktion, die unterhalb liegt. Rechnet, dann kommt genau 10,67 raus, hier in dem Fall. Und das ist genau die Fläche, die wir suchen, weil eben dieses Überschüssige, das sowieso zweimal vorgekommen ist, sich gegenseitig aufhebt. Das heißt, wenn ihr eine Fläche zwischen zwei Funktionen sucht, ist es völlig egal, ob da jetzt irgendwelche Nullstellen dazwischen liegen oder sonst irgendwas. Einfach drauf los integrieren und die Sache hat sich. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, wie ich diese Fläche mir berechnen kann. Ich könnte auch hergehen und sagen, okay, ich subtrahiere die Funktionen zuerst voneinander. Also f minus g, wieder die Funktion, die oberhalb liegt, minus der Funktion, die unterhalb liegt. Erhaltet dadurch eine neue Funktion. Das wäre in dem Fall jetzt eben minus x² plus 8x minus 12 im Vergleich zu den beiden hier. Die sieht dann so aus. Und was uns hier auffällt ist, und diejenigen, die etwas mit der Kosten- und Preisteorie zu tun haben, werden sich daran erinnern, wenn man mal so eine Gewinnfunktion einzeichnen muss und Erlösfunktion minus Kostenfunktion rechnet. Wir haben genau dort, wo sich unsere beiden Funktionen f und g schneiden, Nullstellen in dieser neuen Funktion. Das heißt, die neue Funktion, die ich durch die Subtraktion von f minus g erhalten habe, hat genau dort Nullstellen, wo sich die Funktionen f und g schneiden. Das heißt, wir haben hier bei 2 und bei 6 jeweils eine Nullstelle. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt diese neue Funktion im Intervall von 2 bis 6 integriere, erhalte ich genau dieselbe Fläche, die ich zuvor erhalten habe, als ich die beiden Funktionen einzeln integriert hatte und die Ergebnisse dieser Integrale voneinander abgezogen habe. Das heißt, ihr habt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder integriert ihr jede Funktion für sich im Intervall zwischen Schnittpunkt und Schnittpunkt. Achtung, auch hier sollte es einen dritten Schnittpunkt geben, natürlich immer von Schnittpunkt 1 bis Schnittpunkt 2 und dann von Schnittpunkt 2 bis Schnittpunkt 3 integrieren. Das ist ähnlich, wie wir es am Anfang mit den Nullstellen hatten. Oder ihr subtrahiert zuerst die beiden Funktionen voneinander und berechnet dann nur einmalig das Integral dieser neuen Funktion und ihr erhaltet auch die Fläche, die gesucht ist. Das war es zum Thema Flächenberechnung mit Hilfe des Integrals. Ihr findet sämtliche Unterlagen dazu natürlich wieder wie immer auf www.natago.at und natürlich noch viele, viele weitere Videos, die euch sicherlich helfen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.